Mein Name ist Max Höfler, ich bin Literaturbeauftragter des Forum Stadtparks, das überhaupt keinen Kosten und Mühen scheut, um Ihnen ein wunderbares Einladungsvideo für eine Literaturveranstaltung zu präsentieren. Deswegen bin ich hier in Rom, hinter mir sehen Sie das Forum Romanum und ich lade Sie hiermit zur folgenden Literaturveranstaltung im Forum Stadtpark ein. Und zwar 7. Dezember, 20 Uhr, Text total, das ist ein Literatur-, nein, Lyrik-Kritiker-Trio aus Berlin und das wird im Forum Stadtpark einige Gedichte zerreißend besprechen, auf amüsante Art und Weise. Das ist immer ein sehr lustiger Abend, wenn die ins Forum kommen, deswegen kommst du auch ins Forum, wenn du Lyrik, eines mit der Bratpfanne, na, wenn du die Lyrik zum Beispiel irgendwie verprügeln möchtest oder einfach nur nicht magst oder sie schon magst, aber manche Lyriker nicht oder wie auch immer, irgendwas Lyrik, 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 dann komm ins Forum Stadtpark, 7. Dezember, 20 Uhr und nicht nach Rom. Ja, tschüss! Und als Nachtrag, die Menschen, die in Berlin sind, können die Lesung live in Bert-Pappenfuss-Rumbalotte miterleben. Kommt dorthin! Mein Name ist Max Höfler, live aus Gotham City! Tschüss! Gut gemacht, Keksi!